Hello meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Es freut mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Wie ihr anhand des Titels schon seht, gibt es heute ein neues Fashion-Videos von mir. Ich glaube, wer kennt die Situation nicht? Man steht morgens noch im Kleiderschrank und weiß absolut nicht, was man anziehen soll. Und deswegen bin ich mal mein eigenes Bilderarchiv durchgegangen, wo ich ja Gott sei Dank meine Looks meistens immer festhalte, diese durch Instagram halt. Und habe mal geguckt, zu welchen Looks ich sehr, sehr häufig greife. Ich habe mir das aber auch einfach mal überlegt. Und habe jetzt 10 Outfits für euch zusammengestellt. Natürlich ziehe ich darüber noch eine Jacke oder Mantel, gerade zur jetzigen Jahreszeit auf jeden Fall. Aber die habe ich einfach mal jetzt nicht mitgefilmt. Man kann natürlich super vieles auch einfach austauschen. Ihr werdet auch feststellen, ich habe sehr oft ähnliche Sachen an. Beziehungsweise kombiniere zum Beispiel diesen Blazer, den ich gerade trage. Ich glaube drei, wenn nicht sogar viermal in diesem Video. Aber einfach, weil es Basics sind, die kann man zu allem kombinieren. Und mein Kleiderschrank besteht ja mittlerweile aus sehr, sehr vielen Basics. Weil man einfach merkt, wenn man sehr viele Basics hat, kann man am meisten oder am einfachsten, sagen wir es mal so, Looks kreieren. Und deswegen finde ich es sehr, sehr wichtig. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welches Outfit euch am meisten gefallen hat. Vergesst dem Video auf jeden Fall nicht, einen Daumen nach oben zu geben, einen Kommentar zu hinterlassen. Und ich würde mich natürlich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Wenn ihr das natürlich noch nicht getan habt. Und ich würde sagen, viel Spaß beim Angucken. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.